Herzlich willkommen in unserer Pfotenakademie Ruhrgebiet im Standort Mahl. Wir möchten Sie zu einem Rundgang durch unser Seminarzentrum und die Hundeschule einladen, ein insgesamt fast 5000 Quadratmeter großes Gelände. Die fünf Fahrminuten entfernte Autobahn 43 und der fußläufig erreichbare Bahnhof Mahl Sinsen sorgen für eine unkomplizierte Anreise. Auf dem großen Parkplatz lässt sich Ihr Auto bequem parken. Die Theorie findet stets in einem unserer beiden Seminarräume statt. Ihr Hund darf natürlich mit hineingenommen werden. Durch die voll ausgestattete Küche ist die Versorgung für Leib und Wohl gesichert. Unser ebenfalls im Gebäude befindlicher Shop für Hundezubehör lädt Sie herzlich zum Stöbern und Shoppen ein. Für die Praxis steht ein großer Trainingsraum mit Gummiboden und zwei Außentrainingsgelände zur Verfügung. Der etwa 200 Quadratmeter große Trainingsraum ist beheizt, bestuhlt und mit diversem Equipment für Tricktraining, Gymnastik und Koordinationsübungen, Weltengewöhnung, Geruchsunterscheidung und Co. ausgestattet. Er bietet ausreichend Platz, um mit mehreren Hundeteams gleichzeitig zu üben, einen Logierkreis aufzubauen, Elemente aus dem Hoopers Agility, Rallye Obedience und so weiter zu trainieren. Die beiden Außentrainingsgelände sind sicher mit Stahlmattenzaun umfriedet und verfügen über einen Unterstand sowie ausreichend Bestuhlung. Sie bieten genügend Platz für die Grunderziehungskurse und Weltengruppen, wie auch diverse Hundesportarten von Treibball, Logiertraining, Hoopers Agility, Rallye Obedience bis Nasenarbeit, aber auch für Spielpausen zwischendrin. Besonderes Steckenpferd unserer Hundeschule ist das Anti-Jagd-Training. Unsere beiden Kaninchen und die Wachteln unterstützen uns als Statisten bei den Anti-Jagd-Seminaren und Kursen und in den Weltengruppen. Besondere Trainingshäfen wie die Hasenzugmaschine, Reizangeln, Statistenstoffhunde und Co. warten ebenfalls auf ihren Einsatz. Im wenigen Meter entfernten wildreichen Wald, dem Naherholungsgebiet Hart, finden nicht nur ein Teil des Trainings statt, sondern auch die Seminarpausen lassen sich hier wunderbar genießen. Wir freuen uns, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen. Die Seminarthemen und Hundeschulangebote finden Sie aktuell auf unserer Homepage.